Jo, was geht? Doppelpiece, hier ist wieder Tanzverbot, Alter. Auf jeden Fall Drachenlord, es ist über eine Woche her. Die Kampfansage hat 6238 Aufrufe. Das Einzige, was du mit deinem Fettkörper in anderthalb Wochen geschafft hast, ist, mich auf Twitter zu blockieren. Wunderbar. Wir haben sogar über Twitter kommuniziert und er hat es nicht in Erwägung gezogen, einfach nur Ja zu schreiben. Ich habe Videos gemacht, er soll nur Ja schreiben. Nur Ja, mehr habe ich nicht verlangt. Er hat es nicht gemacht. Meine Diagnose ist jetzt einfach, Drachenlord ist eine Pussy. Die gesamte Zeit im Internet so eine große Fresse. Kommt her, Hater, ich fick euch alle. Das ist jetzt ein Zitat von Ihnen oder irgendeins. Einfach dumm reden, alles, was dumm ist, kann auch ein Zitat von Ihnen sein oder ist so. Auf jeden Fall, der Typ hat nichts drauf, Alter. Ich habe ihm gesagt, wenn du Ja sagst, bin ich morgen bei dir, dann boxen wir uns und gut ist. Von mir aus können wir das auch gerne aufnehmen. Wird noch ein paar Klicks bringen. Auf jeden Fall, er hat nicht zugestimmt. Er hat mich nur blockiert auf Twitter, der Homo, Alter. Und deshalb, von mir bekommt er jetzt die Trophäe Pussy, Alter. Lasst euch nicht von denen unterkriegen oder lasst euch keine Angst machen. Nur weil er ein bisschen größer ist vielleicht als hier und auf jeden Fall fetter. Der Typ ist eine Pussy, er kommt nicht. Der traut sich nicht raus. Das sieht man auch in den Videos, wo alle vor seiner Tür stehen. Hat er immer eine große Fresse im Internet? Ich boxe euch alle um, wenn der vor mich steht. Dann stehen sie vor der Tür und er macht die Balkontür auf und schreit raus, dass er die Polizei ruft. Mehr steckt da nicht hinter, meine Freunde. Auf jeden Fall, du kannst es dir noch überlegen. Ich will irgendwo auf irgendeiner solchen Media Plattform von dir ein Ja oder ein Okay oder sowas bezüglich meiner Kampfansage sehen. Und dann bin ich am nächsten Tag bei dir. Kein Problem, Brudi, Alter. Ich will da noch was hören. Okay? Danke an den Rest der Community für über 2000 Abonnenten. Ihr seid die Besten, Alter. Peace. Haut rein, Leute. Ciao.